ja bei null null ungefähr weil wir wissen ja nur dass er südlich vom, also dass er etwas südlich vom Portal laufen ist so was machst du da? Da kommt einer ja die gehen natürlich auf mich los die Viecher ja weil sie mich nicht gesehen haben ich bin ja sehr froh das Ding hätte dich gerade nämlich noch gut gekatapultiert ach komm unfair hier jetzt bin ich schon wieder ich bin schon wieder weg wenn die Viecher eigentlich auch hier Never Ziegel kaputt machen ja aber nicht normale Steine ja deswegen ja sie sind neu gespawnt nein die können nur können nur den Never Stein kaputt machen nicht den Never Ziegel ach so ja das ist gut ja das ist gut trotzdem will ich hier noch eine Schicht abbauen dass ihr noch mehr spawnen könnt noch mehr? das ist wahnsinnig ich geh wenn ich zwei nicht gut nach Hause ich bin ja nicht blöd wir haben über 20 Uhr morgens ich bin doch nicht blöd ich bin doch nicht blöd aber ich brenne ich glaube ich geh mal kurz raus ich hab nur 4,5 Hertz locker ich hab jetzt mal eine mal wieder ja ja man jetzt hängt die an zu brennen oh toll haben wir hier irgendwo ein Schneebiom in der Nähe ich hab hier besser als Schnitzel wir haben ein Schneebiom in der Nähe das ist oder er gesagt wenn du ein paar Minuten fliegst dann bist du bei dir im Schneebiom ja ein paar Minuten fliegst aber dann laden wir viel zu viele Chancen dann leckt das Sauber ja Flo hau mal mit drauf Alter wie alles brennt also langsam kriegt man das Teil ausgebaut da oben Alter Melonen sind so sinnlos einfach nur aber wenigstens besser als kein Essen ja boah ich bin froh wenn ich dann eine sehr stehende Weizenversorgung habe oder so ach komm jetzt will ich das Feuer reingelaufen was das auf dem Boden verursacht hat komm leck mich leck mich jetzt hör aufzubrennen meine Rüstung haben zwei neue gesporen ja ich hab eigentlich höchstens Angst um meine Rüstung die dabei totalen Arsch geht ich mich erschreckt so wir haben jetzt schon 20 Stück könnte ich mal bitte aufhören zu brennen Hallo Flo Flo lass das so ausgebaut dass sie dann noch hoch gehen können wenn die so hoch fliege mit denen wirst du mehr machen ich hab mal Schleim ähm ähm ich geh nach hause falls ich doch verrecken sollte 20 Sohn roten boah ich muss dich gar echt kurz verpissen eineinhalb Herzen vier Herzen aber naja das komplette Rüstung du hast mal wieder den Lohnruten hier rein ja ich hab nur einen gekriegt mittlerweile wieder wir haben jetzt insgesamt 26 schon mal gut also ich geh da erst mal wieder weil mich voll generieren bin ich auch gar nicht das bei mir so vieles bohren weil sonst ähm Julian ich glaub du hast du mir ein paar Melonen abgesnackt echt ich hatte glaube ich ein paar mehr dabei sondern 15 von meiner Natur äh noch ein paar ja klar wie viele hast du jetzt noch eine ja dann gebe ich dir meine 10 rüber danke schön ich bin jetzt auch noch 10 war es dann so mit verbrannt wahrscheinlich bei mir ja ich bin mit 48 Stück hier reingekommen ich bin mit fastens Deck eigentlich einer war ich bin dummerweise gestorben ja das hab ich füllt hat denn hier schon mal das bei 1 spawnt 4 Viecher spawnt bei uns sind 5 mal voll gespawnt ja da waren sogar dann 7 drin letztendlich ja weil zweimal hintereinander ganz schnell welche gespawnt sind ja bei mir auch gerade so abartig ich bin über Skelett ich werde verrecken das kam um die Ecke ja Martin wird verrecken wie unfair ja oder eineinhalb ich habe mit einem optimal tatsXX wird jetzt sterben ne tatsXX hat überlebt tatsXX Worte dafür dass tatsXX jetzt sterben wird also gefällt mir wenn er sterben soll immer wieder gefällt mir nicht wenn wenn er sterben soll es gibt keine Bewertung wenn er überlebt wenn er überleben soll dann abonnieren abonniert uns wenn er nicht überleben soll abonniert uns auch und wenn er verrecken soll dann abonniert ihn uns auf jeden Fall doppelt macht euch einen Check-Account ja ich war gerade bei diesen äh bei der Monster äh bei der Lohnfalle hatte irgendwie vier Herzen oder so und dann plötzlich kommt ein Skelett um die Ecke und äh wüffert mich Alter wenn du willst kannst du mit bei uns mitfarben es geht richtig gut bei uns jetzt mhm wir haben die ausgebaut die Falle ich schreib mir jetzt auf dem ach ich hab mal Screenshot gemacht von den Koordinaten mach die sagen die Koordinaten sind 60 und minus 30 du darfst aber nicht auf deine Minimap gucken da sind die Koordinaten anders hä sind genau gleich nein doch doch hast recht drei stück sind da grad gespawnt warte ganz kurz also ich hab jetzt noch äh 3 Melonen wenn die beiden ab wenn die weg sind dann geh ich nach hause wir haben jetzt beide 15 Lohnroten ich hab mal sofort aufgeteilt wieder ähm ich hab 4 noch lass jetzt einfach gehen wir haben jetzt über 30 34 haben wir wie reicht das mal für Tränke das reicht für Ewigkeiten damit können wir sogar ins End gehen locker locker alter das Feuerzeug ist dein soo gut als nicht durchdommen denn ich geh jetzt wieder heim eineinhalb Herzen traurig aufpassen Jön das ist doch die ein oder andere hm du gehst jetzt eigentlich lang ich hab keine ahnung wo ich schiege auf den Berg hoch und bist du von da auch gekommen ja ok das ist gleich ganz nah am Portal boah beim Portal brennt jetzt rüber machen wir jetzt gleich ein bisschen ich würd sagen wir bauen uns dann auch noch ein Safe House beim Portal dass wir da mit Cobblestone ein bisschen machen damit wir da wenn wir durchs Portal gehen ja war hier nicht das Portal bin ich doof so wie Maria das Portal ist bei 20 und 40 da mach ich jetzt erst mal ein Screenshot von 20 40 ok in die Richtung welche Höhe ist das? Höhe ist 95 800 ungefähr höher als 100 20 40 da muss ich noch ein bisschen in die Richtung so ich fang schon mal an die Hütte zu bauen ne mit dem paar Koppel die ich noch da hab schlägt wenn ich in den Etagea leckt's nicht wenn ich nach Hause gehe leckt's crazy shit äh die große Welt die ist ja auch die Amplified Welt die ist richtig krass so ich hab unsere Bude jetzt schon mal umrundet wir müssten nächstes mal mit ein bisschen mehr Koppel kommen dann können wir das Teil fertig bauen ja könnt ihr euch auch bei meintrun bedienen ich hab auch schon noch ich bin jetzt bei 20 40 Julian ich hab dich gesehen hallo ich hab schon mal umrundet also ich geh jetzt zurück boah welcome back das war ernten gehen das war ganz gelettet ja ich muss bei mir dann auch noch ausleuchten wollte eigentlich verschlimmeln mir reicht es ja eigentlich so ich muss auch Melonen ernten gehen ja hier ist auch einige gewachsen bei mir sind gerade mal zwei einige vielersinnig werde ich muss das essen ja wieder rein bekommen was ich würde ja ich weiß wo das skelett ist ich hab's nur gehört ich hab's nur gehört ich muss nachher unbedingt auch meine Farben oben ausleuchten ich muss jetzt ein Diamant hingeschmissen Martin mhm warte ach so schon gut so mit Diamant ne noch nicht ne bei mir sind grad drei Millionen gleichzeitig gewachsen so du willst nur Diamanten für dich haben gell na wenn du einem anderen spielern Diamanten zu wird so sinnlos du kannst ja einfach wieder zurückgeben da hast du seltsam da kann ich das jetzt auch machen nein sehr doof ich geh gleich ähm in die Mine ja ich komm mit ich brauch unbedingt Eisen Martin kannst du mir einen Diamanten zu werfen ich werfen dir zurück zu ich hab keinen Diamant Flo hat ihn vielleicht ach da ist doch meine Spitzhacke ne darf ich die auch wieder haben ach hier ist er ja ja die habe ich natürlich gesichert die schleppe ich ja nicht mit mir rum das finde ich gut jedenfalls komm gleich noch mal zu dir runter werfe ich den Diamanten zu und den kannst du ja dann in netwerts zurück werfen ja klar Logo hast du ganz viele Fakten von mir Julian ich hab dir ordentlich welche wieder in die Truhe zu nehmen ach ja ok habsa 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 Mann ihr seid immer so leise wenn ihr euch mute also wenn ihr dann gemutet werdet du kannst uns bei TS lauter stellen ne ja aber dann man hört einfach gar nichts bei Skype bin ich es gewöhnt dass man was hört so ich mach jetzt vier Eisenspitzhacken gehts runter gibst mir den dann auch wieder Dankeschön ganz süßer darf ich die Melone abbauen das weiß ich nicht ja muss ich dir ab sie unbedingt brauchen ja mir ist es nicht erlaubt ja du hast doch selber eine große Farm wir hören noch nicht doch ich hab eine guck doch mal auf deine Minimap spaßt Julian hat keine große Farm ach so ja darf ich bei dir auch mal ernten gehen und sofort wieder anpflanzen ja klar kannst du machen aber nicht hier nicht hier nicht hier das nicht bei mir darfst du überall Julian ich brauch das Weizen selber hier deine Samen und dein Weizen und dann geh von dann du darfst bei mir immer ernten Julian du bei mir auch Schleimer ja Martin du hast keine Bäume bei dir unten stehen du musst runden in die Wildnis gehen für Bäume ja ja flut auf bei mir Bäume fällen ja manchmal halt eine Baumplattform ist mir scheißegal ja du musst auch noch eine bauen du könntest auch einfach nett sein dann musst du noch zu mir hochkommen ich muss unabhängig sein ja aber dann musst du jetzt viel Rohstoff erst investieren YOLO ein Bündnis wäre doch viel einfacher richtig Martin du musst es ja nicht immer so schwer machen hmmm so toll jetzt sag ich die ganz viel lohnsam hier wieder abbauen weil ich scheiße gebaut habe weil du scheiße bist wolltest du sagen so wie du Arschloch 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 jetzt fangen die wieder da mit an haben wir genug Leder für einen vollkommenen Verzauberungstisch wir haben gar kein Leder wir brauchen Kühe ja und die die ich ran schnappen wollte waren so dumm und sind in Lava gesprungen du warst so dumm und hast in Lava geführt führe dich auch gleich in Lava er ist der Führer ja der Fährführer ja Martin ich verführe dich immer doch so hier werde ich mir gleich dann ne Neverworts in der Tasche reinsetzen neverworts 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 hat sich schon mal gelohnt habe schon mal 8 eisen gefunden sehr gut ich muss gleich auch noch meinen gehen aber wir können ja schon häkisch machen wir wollten nämlich in dieser Aufnahme in Neverworts gehen das haben wir jetzt gemacht check check er wollte nether gehen ja wir wollten nämlich Material für Tränke haben soo wir haben alles geschafft was wir schaffen wollten oder nicht ne ne du musst du musst noch das äh musst noch bis zur Ende der Aufnahme was schaffen Flo ich hab doch was geschafft ja du wolltest aber na ich weiß nicht ob ich das den Zuschauern sagen soll nein 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 ich weiß schon bis jetzt hab ich's geschafft ne jetzt hast du es geschafft bis jetzt mhm ich hoffe du schaffst es nicht das wäre nämlich lustiger und amüsanter für mich ja seit dir kann das ja gerne machen so so und ich hab doch sympathisch sind auch uns sympathisch und nett zueinander wir tun uns nichts bis jetzt bis jetzt bis jetzt bis jetzt ich bis jetzt